Herzlich Willkommen zurück hier in Pokémon Weis... Und es geht hier weiter auf der Suche, wie wir uns begeben schon gehaben tun, auf die Wiese im Weisenwiesen, ja, die Wiesen auf den Weisen und dann blabliblob. Deswegen sind wir jetzt hier beim alten Palast, hier in der Wüste, weil es den da gibt. Und, jetzt geht's weiter. Und ich glaube, ich habe das eben jetzt gerade gelesen, ich glaube, ich habe einen Wutkeks, also können wir da was machen, wie es aussieht, oder halt nicht. Haben wir keinen Wutkeks? Hier kann man mit dem Wutkeks die Pokémon da auferstehen lassen. Ist hier kein Wutkeks? Spezialität haben wir, Wutkeks, haben wir leider nicht, wie es aussieht. Naja, aber hier trifft man auf, wie auch immer das Pokémon heißt, in seiner, wie auch immer die Phase da heißt, Form. Oder sie kommt. Ne, falsche Hand. Hallo, Söpü! Als ich von den Pokémon-Statuen erfuhr, bin ich so klein aufgebrochen, um sie umgehend zu untersuchen. Bei diesen Pokémon-Statuen handelt es sich wirklich um echte Pokémon, genauer gesagt um Flampabian. Sie befinden sich in einer Art Drawn und sind regelrecht so steinerstarrt. Mein Berechnungen zufolge beträgt ihr alter gut und gern 2500 Jahre, ey. Okay, ungefähr zu dieser Zeit muss es sich auch zugetragen haben, dass sie in ihren Dämmer-Zustand verfallen sind. Das deckt sich also in etwa mit der Epoche, als die Zivilisation, die uns diese Ruine hinterlassen hat, auf den Gipfel ihres Kulturwellen schaffen war und der alte Palast in voller Pracht stand. Es ist gut möglich, dass sie dieser Städte alleinst als Fächter dienten. Aber ich frag mich da halt, wenn die schon seit damals da sind, warum sind die nicht schon längst unter dem Sand? Ne, wenn hier Dauersandsturm herrscht, warum ist das eigentlich alles nicht mehr vergraben? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie die Spitze ist und wir irgendwie den Glück gehabt haben, dass das noch nicht eingegraben ist vom ganzen Sand. Aber die Wächter hier, die sind schon länger irgendwie da. Oder die sind irgendwie ganz oben auch auf der Spitze gewesen. Aber irgendwie kann ich mir das schlecht vorstellen. Naja. Meines Erachtens handelt es sich hier bei dem Zustand, in welchem sich die Pokémon befinden, weniger um einen tiefen Schlaf, als vielmehr um eine Art von Meditation. Ich bin mir sicher, dass sie zu eurem Leben erwachen, wenn man sie aufweckt. Nun halt dich fest. Ich kann mich grad nicht festhalten. Ich weiß sogar, womit man sie aufwecken kann. Natürlich mit diesem Wut geht. So daher geb ich dir auch einen. Hast du noch was zu sagen? Na gut, ich werde mal wieder zurück zum Pokémon Labor. Bestallt, Bestallt und Dalt. Okay, jetzt gehen wir in Wutkeks. Okay. Dann schauen wir mal. Dich wähle ich aus. Ja, geht auf den Wutkeks. Die Statue war tatsächlich ein ruhendes Flampage. Wir haben kaum, dass es erwacht ist, stürzt es auf dich und wapet dich. Ende. Okay, dann schauen wir mal. Okay. Es ist in dieser Form. Okay. Dann haben wir hier dieses Vieh hier. Yes. Tschüss. Okay. Wollte ich nur zeigen, dass das geht. Kriegt man doch irgendwie ein Wutkeks? Ich glaub nicht. Naja. Dann gehen wir weiter. Schreiten voran mit einem Superschutz oder Topschutz. Aber der wirkt doch. Ausrufezeichen. Musst mich ja nicht immer gleich so anbrüllen, Spiel. Was soll denn das? Und was ist mit dir? Ich muss ja von bla bla bla. Okay. So, es wirkt nicht mehr. Jetzt wirkt er auf einmal nicht mehr. Warum kann man sich nicht zigtausendmal einsprühen und dann muss man das nie wieder betätigen und aktivieren? Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Keine Ahnung. Aber ob das überhaupt wirklich stimmt. Generell, was jetzt in der Werbung läuft, interessiert mich null die Bohne. Ich glaub denen auch kein Stück mehr. Wenn mich irgendwas interessiert, dann geh ich ins Geschäft und informier mich da selber. Ich glaub nicht mehr, was da die Werbung immer sagt. Weil ich eigentlich auch keine Werbung mehr guck. Weil Fernseher guck ich ja nicht mehr. Und alles drum und dran. So. Da sind wir auch schon. Auf einmal gibt's hier so random diesen Weg hier, diese Tür. Vorher hat's den nicht gegeben, aber hier random irgendwie. Aber naja. Hey, was geht ab hier? UGH! Was ist mit dir los? Störungen oder sowas? Willst du mit Kyren irgendwie was zu tun haben? Der hat auch Störungen. Ja, sie ist. Reflexed! Okay. Batterie passt leer. 20%? Oh mein Gott, Ness! Was soll ich denn ohne meinen Timer bitte machen? Ich muss mir wirklich mal angewöhnen, den Timer, irgendwie ein Timer für den PC zu finden. Vielleicht hab ich den ja schon längst irgendwie, pfff, unter irgendwelchen Keine Ahnung was. Natürlich treff ich nicht und er trifft natürlich. Schaut euch das mal an. Diesen Anblick hab ich noch nie gehabt für mich. Ja, schaut euch das an. Ich hab's ja auch mal angesprochen. Ja, ja, ja. Geht mir so. Das, ich... Das macht mich ein bisschen Kira, wenn da... Kira macht es mich... Oh! Wenn irgendwie die Batterie fast leer ist. Das deck ich mir halt immer. Nein, das muss alles irgendwie aufgefüllt sein. Naja. Kann man jetzt halt nix machen. Muss... Musst du halt aushalten, ne? Oder es geht halt aus. Und dann... Denk ich mir halt... Okay. Du blassst mal in der Niederlage im alten Palast, alter Knacker, du. Hab ich ja immer, du wirst? Viridus, einer der Siegweißen, sucht hier im alten Palast ein Pokémon. Und ich sollte dafür sorgen, dass er dabei ungestört ist. Aber ich bin so schwach, so dämlich. Du, Dörrich, der letzte Kerl riecht. Gut gesagt, ich bin unfähig. Das war mir schon vorher klar. Aber ich denke mir jetzt auch irgendwie, wenn der ein Level 64 Pokémon hat, warum war er nicht bei der Elite der Elite? Beziehungsweise, warum ist er stärker als sein Boss? Das ergibt keinen Sinn. So. Das ist so eine Art Labyrinth. Ich hab nicht wirklich Bock drauf, da jetzt stundenlang mich herumzuieren. Und deswegen nach unten. Mit Komplettlösung. Auch, ja, wie gesagt, ich hab jetzt irgendwie kein Bock darauf. Dann nach links. Es gibt ja nur nach links, dann wieder nach unten. Mal schauen, ob es hier irgendwo ein Item gibt. Dann nach links und dann nach links. Okay. Dann sind wir eigentlich schon da. Ist zwar ein bisschen blöd, finde ich selber. Also, aber, wie gesagt, bevor ich da 10 Stunden verbrauche, irgendwie, mach ich da gerne mal die Komplettlösung auf jetzt für mich. Ja, mach ich gerne jetzt in diesem Moment. In dieser Situation. Weil ich möchte jetzt nicht mehr so viel aufnehmen. Ich möchte das Spiel jetzt auch mal gleich mal abgeschlossen haben. Deswegen. Naja. Wenn man Raum hatte hier in alten Böller, dann geht es jetzt zum Geschenk noch. Oder besser gesagt, das war mein Plan. Aber dem Fünsterdreherr zufolge ist Meister Getzis irgendwo hinverschwunden. Die sieben Weisen. Sieben sollen sein. Sieben stehen vereint. Sieben stehen vereint. Wir senden diese Worte. Will sich mir jetzt nicht mehr erschließen. Vielleicht wurden wir nur ausgenutzt. Auf jeden Fall hat es euch ausgeträumt. Und das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Meister Getzis hat es mir gegeben. Doch ich wüsste nicht, wofür ich es jetzt noch einsetzen sollte. Ihr habt sowieso nie gekämpft, oder? Warum gibt ihr dann TM hier? Unser Schloss liegt jetzt auch in Träumann. Genau wie der alte Palast. Doch gibt es da einen Unterschied? Der alte Palast zeugt noch heute von einer glorreichen Epoche. Unser Schloss aber wird für die Nachwelt ohne jede Bedeutung sein. Tja, mir schmutz egal mit meinetwegen. Ja, allerdings wissen wir nicht. Es ist nicht einmal gewiss, ob sie wirklich Vater und Sohn sind. Achso, sie reden über die beiden. Danke, abgesehen noch einer. Ja, 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 gib mir hoch. So, ja, 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 die sind auch nur aus, 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 aus. Mir fällt das Wort nicht ein, wie sagt man am besten. Die wollen auch nur Ruhmeinheimsen, so gesehen, ne? Und das ist auch nicht optimal, würde ich jetzt sagen. So, hier lebt ein gewisses Pokémon, ne? Hat er ja angesprochen. Ramot, wie ist es hier zu finden? Gibt es hier zu finden? Hm, das wurde anscheinend so als Gott behandelt. Aber warum ist es dann noch hier? Das ist hier die ganze Zeit irgendwie... ...5.000 Jahre irgendwie verschollen und zu riesel, riesel. Ja, ist auch cool. Naja, ich kann schon irgendwie nachvollziehen, dass es einst mal als Gott bezeichnet wurde, ne? Aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Du wirst jetzt einfach mal vernichtet werden mit Akrobatik. Oder du vernichtest jetzt mal ein kleines, süßes Erwärmlein, weil du das aushältst. Oder du hältst das nicht aus, weil Volltreffer... Nein, Erwärm brennt. Er darf nicht brennen. So. Wir haben eher einen Ramot, deswegen habe ich sie einfach besiegt. So. Pokémon ist leise auf- und davongeflogen. Mann. Es wollte voll... Hey, endlich neue... Kann ich... Kann ich für euch etwas tun? Vielleicht... Wollt ihr mit mir spielen? Ich bin hier so einsam. Ich... Hey, Emolga. Töte es. Okay, das... Ich... Ich weiß schon. Das war jetzt nicht nett von mir. Schutz wirkt nicht mehr. Ich glaube, hier gibt es Pokémon, deswegen... Die sind jetzt wahrscheinlich voll extrem wütend auf mich, weil ich ihren Master besiegt habe und getötet sogar mit unserem Volltreffer. Okay, dann... Geh ich jetzt einfach mal wieder. Okay. Ihr könnt nach Blar-Ramot fangen, dann schafft nicht, wollt, dann blabliblob. Links, links, oben. Links. Links. Oben. Ja, es ist immer oben, dann wird man dich loben. Dann links und dann nach oben. Okay. Das ist hier der Platz, beziehungsweise jetzt kommen wir endlich mal zu der besten TM, wie es aussieht. Was? Nach oben und zuletzt nochmal nach links Richtung Ausgang. Nur nacheinander die vielen Treppen nach oben und auf einer Ebene, die erstmals anboden und sich bei Apitop einsammeln. Bevorher ganz oben dann die TM der TM-igkeiten. Ja, ja, ja. Und ich sag's jetzt nochmal, das guck ich gerade bei Bisa-Fans nach. Diese Treppe schaut komisch aus, ne? Für den Snicks. So, dann führe uns den Weg nach oben, dann wird man dich loben. Aber die Zeit sagt jetzt auch schon aus. Es ist gleich einmal vorbei, ey. Na, gleich nicht, aber... Mal schauen, ob ich das noch schaffe, was ich mir da vorgenommen habe. Naja, ist jetzt auch egal. So. Jetzt sind wir gleich da. Und dann haben wir die beste TM, die es gibt in der Welt. In der Welt. In der Welt drinnen. Erdbeben. Erdbeben. Oh. Was es so lange braucht, um Erdbeben zu bekommen, das ist schon irgendwie doof. Oder Flammenwurf. Naja. So. Der letzte war... Ich hab's schon wieder vergessen, ey. Elektrolythülle, okay. Müssen wir da hinschneiden? Eigentlich nicht. Elektrolythülle. Obwohl, ich weiß nicht wirklich, wo genau. Banero City. Vielleicht da. Äh, schauen wir mal. Elektrolythülle am Anfang auf Banero City ausbetreten. Auch hier gibt es nichts Neues. Nach dem Betreten nach links, an der Kreuzung, nach oben, die Treppe hinunter. Ich will es jetzt einfach so vorlesen, ne? Dann sollte ich das mal nachmachen. Nun direkt links und in das nächste Stockwerk runter. Trainerin, Blauen Kristall. Dann folgt er bis Gabelt. Hier schritte. Egal. Oder? Hier unten ist er? Hat's ja geheißen, zur nächsten Treppe irgendwie längs. Naja. Das würde mir doch einiges erleichtern, wenn er hier irgendwo... Oh! Wenn er hier irgendwo ist, weil... Der Ort hier herunten ist nicht wirklich so, so, so groß. Das wird dann schon irgendwie toll. Betrachten wir einfach mal Erwin wieder von hinten. Er ist so niedlich. So niedlich. Ja, Erwin. Erwin Scherwand ist niedlich. Und... Emolga ist niedlich. Also das ultimative Pokémon hier. So. Da unten scheint er nicht zu sein. Kreuzung? Achso, da oben vielleicht. Ne? Okay. Dann würde ich sagen, ich schnippel einfach mal hin. Oder nicht? Da ist er. So, alter Kautier. Aquilus. Bei unserer letzten Begegnung in Stratos City hast du keinen blendenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber hier in der Elektrolytölatmeister geht es dich ja schon ordentlich auf die Probe gestellt. Ich möchte mich daher noch einmal selbst vergewissern und überprüfen, was du wirklich zu bieten hast. Los, Team Plasma, kommt heraus! Ach nee, muss das sein? Werter Aquilus, Dingsbombs, wir, wenn ihr gestattet, übernehme ich das. Ach nee, muss das sein? Gegen euch luschen? Muss das ernsthaft sein? Ach nee, bitte. Dann kämpfen wir halt mal. Und welches Level? Mal, guckt mal da, Level 63. Das ist doch gefundenes Fressen für unser kleines Erwinlein. Erwin war eh oft im Einsatz, wenn es geheißen hat, gegen Team Plasma, oder? Ja, das ist seine Spezialität, wie es aussieht. Diese Team Plasma-Viecher fertig zu machen. Unser kleines, faules Erwinlein. Kann so richtig reinhauen. Dürfen wir nicht vergessen, dass es eigentlich ein faules Viecher ist. Ja, es ist lasch und liebt es zu fressen die ganze Zeit. Ja, ja, ja. Aber es hat ordentlich was zu bieten. So, Level 70 ist unser Pokémon jetzt schon. Unser kleines Erwinlein. Aber ich frage mich halt, was trainiere ich denn bitte? Was strebe ich an? Welches Level für die Top 4 und die Pokémon-Liga? Wie gesagt, der Champ hat, glaube ich, so 75, 77 die Pokémon. Dann wäre es eigentlich nicht so schlecht, wenn ich auf 73 trainiere. Naja, egal. Du hast also N-Niederlage. N-N-Niederlage. N-I-D-Lage. N-I-D-Lage. Wow, mit diesem Kind ist wahnsinnig nicht zu spaßen. Ist dir eigentlich bewusst, dass ich die Leute wegen Ex... Äh, jetzt ein Ex-Team-Mitglied war und ich blabler bin? Ich bin ein Ex-Loser, sag ich dir. Das ist wirklich nicht gut. Sag mir wirklich, wie du denkst, das wieder gut zu machen. Weißt du, wie schnurzegal du mir bist? Und wie schnurzegal mir im Prinzip jetzt eure Prinzipien hier vom Team Plasma ist? Ja. Tja, jetzt hat sie es mal ausgelacht. Ich habe sie ausgelacht, verstehe dir, what I did here. Dann würde ich sagen Armstrong. Oder hat es noch jemand? Soul ist 68. Ich würde Soul sagen. Weil mit Armstrong ist es besser zu trainieren. Deswegen schaue ich, dass ich jetzt diese Erfahrungspunkte, die Trainererfahrungspunkte mit den anderen Pokémon abstaube. Obwohl, mit Soul sollte das Trainieren auch ziemlich leicht gehen. Aber Lilly konnte ich einfach nicht reinschicken. Kann ich ja nichts ausrichten, ey. So, Hützebelle. Und schaffst du es oder schaffst du es nicht? Natürlich wieder bei der AGB. Was hat das Spiel hier? Mit diesem blöden AGB. Ich habe nur die AGB, ey. So, dann beiß ich halt dich. Soul, tut mir leid, dass ich dir befohlen habe, dieses Viech zu beißen. Es tut mir leid. Du kriegst dann auch irgendein Steak oder was auch immer dein Lieblingsessen ist. Ja. Eine Pizza. Das ist doch gut, oder? Eine Pizza, die ausschaut wie eine Sonne. Ja, das machen wir jetzt. Leopardrat. Schon wieder. Das wird jetzt auch vernichtet. Mal schauen. Es reicht sich ja ein Käferbiss oder bei diesem Pokémon hier. Was kann Übernahme? Wartet auf einen Angriff. Ich weiß aber nicht, was das kann. So, eigentlich wäre die Folge jetzt zu Ende dann. Wir haben zwar die letzten zwei gefunden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so viel habe ich dann auch wieder nicht erreicht. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Sache mal checken, wie das aussieht. Das werde ich dann noch machen jetzt in diesem Part. Egal, ob es jetzt wieder ein bisschen Überlänge hat. Du wurdest soeben Zeuge, wie ein Ex-Team-Mitglied von Team Plasma zu einem normalen Pokémon-Trainer geworden ist. Nicht einmal. Normaler Pokémon-Trainer ist für mich noch viel höher angestuft als du. Naja. Unsere eigenen Pokémon stürzen sich für ihre Trainer tatsächlich genauso. Oh, dieses Wort. Enchargiert. Oh. Oh. Irgendwie was mit Verschiertes. Oh. Ich kann das Wort nicht. Engargiert. Oh. 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 Anderen. Die. Die. Dieses. Das. Nicht das. Diese. Tata. Diese Tatsache. Diese Tatsache ist so offensichtlich, dass ich sie klag übersehen habe. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich möchte mich hiermit gern bei dir erkenntlich zeigen, dankbar. Oh mein Gott. Steilpolitur. Das freut mich so. Ich frage mich, ob Meister N mittlerweile begreift, dass die Pokémon für ihre Trainer tatsächlich ihren letzten Kräfte mobilisieren, selbst wenn sie verletzt sind. So, was sagst du jetzt? Nun, ich bin der Blah, das weißt du, und Plasma. Bitte vergib diesen niederen Handlagern. Handlangern, nicht lagern. Voll die Lagerer, eh. Die Team Plasma den Rücken gekehrt haben und nun versuchen, sich aufrichtig den Pokémon-Arten zuzuwenden. Allerdings, wer dem Pokémon nicht ehrlich begegnet, gilt meiner Meinung nach auch als Verräter. Willst du damit... Hast du das jetzt vorher sarkastisch gemeint? Aber ich habe irgendwie nicht rausgehört, dass die zwei, die Handlanger, dass die irgendwas Gutes jetzt vorhaben. Die klingen wie arrogante Arschlöcher, so gesehen. Und die sind stolz, was sie da gemacht haben bei Team Plasma. So hat's für mich... Raus... Das hab ich da rausgehört, deswegen sag ich doch... Eigentlich nicht. Das war noch... Das ist... Egal. Tja, vielen Dank. Also Sibi, ich muss dir etwas mitteilen. An einem weit, weit entfernten Ort wurde eine Person, die außer wie N, zusammen mit einem Drachen-Pokémon gesichtet. Ich habe vor, den Wahrheitsgehalt dieser Information höchstpersönlich zu prüfen. Also dann, auf dass wir uns eines Tages wiedersehen. Tja, was soll ich jetzt mit dieser Info anfangen? Ich weiß ja nicht. Aber ich schneide es mal kurz hin. Also bis gleich. So, mein letztes Ziel hier, bevor wir dann zu den Top 4 gehen und ich jetzt die Session dann jetzt gleich mal beende, ist hier unten etwas. Ich frage mich, was das ist. Irgendwas habe ich da gelesen. Irgendwas mit Kämpfen erwartet uns da. Gut ab, junger Trainer. Du hast es echt drauf. Du musst einen endlosen, neidlos anerkennen. Immer hereinspaziert in die Höhle der Schulung. Ich wünsche dir und deinem Pokémon-Team, dass ihr sie stärker verlässt, als ihr sie betreten habt. Okay. Ich weiß nicht, was es mit diesem Ort auf sich hat. Aber ich denke mir halt, das möchte ich jetzt... Achso, ich habe es verlernen lassen. Ich habe mich schon gefragt, warum? Warum habe ich jetzt kein Blitz? Kein Palitzer? Okay, wo ist es denn? Blitz? Juhu, da ist es ja. Yes. Können wir eigentlich nicht mit so einer Taschenlampe herumrennen? Das wäre eigentlich auch voll toll hier. So, statt Donnerwelle. Und... Ja, die Party ist schon ziemlich lange. Eigentlich schon vorbei, ne? Aber wie gesagt, das als einzelne Party irgendwie zu bringen, ich weiß ja nicht, ob sich das so auszahlt. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal anhängen. Und dann mache ich Schluss. So, wie schaut es denn hier aus? Muss ich gegen dich antreten? Auf meinen Reisen ist mir klar geworden, dass jeder Pokémon lebt. Du auch? Hat jetzt nicht so ausgesehen, dass man gegen sie antreten muss, oder? Das ist ja irgendwie Sinn davon, hier gegen sie anzutreten, ne? Wöchte ich ja nicht sagen, aber ich würde gerne mal sehen, was da ist, oder? Na ja. Aber ich möchte jetzt mal kurz anschauen, was hier alles ist. Das möchte ich dann schon mit euch jetzt nochmal durchnehmen. Ein Volltreffer. Soul meint auch, so viel Zeit mit jüngeren Trainer verschwenden, das machen wir jetzt nicht, ne? Niederlage hin oder ehe. Unsere Reise geht weiter. Ja. Das hast du schön gesagt. Unsere Reise geht weiter, solange es einen Weg gibt. Solange es Pokémon gibt. Pokémon! Und so. Gibt es hier irgendwie versteckte Items? Ja. Ich würde aber sagen, ich lasse das irgendwie jetzt. War da jetzt noch ein Item? Ja, geh weg. Mal schauen, ob es hier noch irgendwas ist. Oder es ist einfach eine normale Höhle, irgendwie, die man jetzt untersuchen kann. Unterspruchen. Weil irgendwie Schule der Höh- Schule der Höhlung, genau. Die Höhle, da ist irgendwie so. Irgendwas mit Höhle und Schulung. Das klingt so, als müsste man hier nicht die Pokémon-Trainer alle besiegen. Oh, mein Götzchen. Was wohl denn das? So, zeigst du mal der, was du drauf hast? Wow! Dann bist du etwa ein legendäres Pokémon aus dieser Gegend? Ja, ich bin Mr. Sebi-Mon. Ja. Ich bin voll toll und so. Na, drei Pokémon ein wie Senior. Ist das ein Senior oder ein Junior? Ah! Okay. Ramoth, bitte besieg das. Bitte besieg dieses Vieh. Mit einem Schlag, das wäre irgendwie toll. Du hättest es schon drauf, würde ich jetzt mal sagen. Na, schon wieder dieses Bild? Das regt mich schon auf. Das kann doch nicht mehr wahr sein, dass es immer 1KP ist, ne? Das ist irgendwie einprogrammiert. Ich glaube, nein, das geht einfach nicht. Das kann ich mir nicht erklären, warum das immer bei 1KP stehen bleibt. GROINK! GROINK! Das wird jetzt aufgenommen. Das steht an hier. Weil ich glaube, die Spezialverteidigung ist nicht zu unterschätzen hier. Oder ist die Verteidigung? Ich glaube, Spezialverteidigung. Deswegen beißen wir es jetzt einfach mal. Ja, na, tut jetzt doch ziemlich Aua. Muss ich dann schon sagen. Man bedenke, dass das jetzt vierfach stark ging und zwar. Das hat nicht die Hälfte abgezogen. So, es ist put. Und kommt noch was. Knarxl. Ein knackiger Knarxl, ey. Da muss ich aber jetzt auswechseln, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Äh, nee, nicht dich. Wie heißt denn die eine Serie? Irgend so ein Cartoon. Mit diesem Meister. Ich weiß es nicht. Wie heißt denn der? Der alle austrickst irgendwie, oder? Oder war das austrickst? Ich weiß jetzt nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß auch nicht wirklich, wie ich das beschreiben soll, die Serie. Äh, was hat denn der gemacht? Ich weiß nicht mehr. Das ist so ein... Nee, bitte nicht. Das ist alles reine Zeitverschwendung, was du hier machst. Als wäre der Part nicht schon lang genug. Ja, ich weiß, das ist auch irgendwie meine Schuld, aber ich möchte mal schauen, was es hier alles gibt. Da möchte ich nicht auf Trainer stoßen, die irgendwie nur reine Zeitverschwendung sind. Und das sind sie im Prinzip jetzt auch. Deswegen werde ich jetzt nicht alle Trainer zeigen. Weil Herausforderung sind die eigentlich keine. Wir sind schon stark genug. Ja, ich bin zwar jetzt im Prinzip ein bisschen überlevelt, wenn man mal die Level anschaut, aber... Ja, pfff... Dann ist die Top 4 wichtiger als irgendwie da so random Trainer, ne? Deswegen... Ich hab mal eine Geschichte gehört, in der ein legendäres Pokémon andere Pokémon ausgebildet hat. Klingt nach einem Mystery-Dungeon-Teil. Vielleicht. So, was gibt es hier? Ein AP Plus. Yes. Aber hier gibt's noch etwas, Fragenzeichen, da oben, dann wird man dich loben. Nö, aber hier gibt's ein Item, ein Nugget. Okay. Dann scheint das so zu sein wie ein Hurler. Das ist für mich auch ein Ort, den ich noch nie betreten habe. Also absolut klein für mich irgendwie. Naja, dann schauen wir mal. Äh, da oben ist Wasser, da schauen wir jetzt auch mal kurz nach. Oder, so sieht's aus, ja? So, Itembritter ist da unten irgendwas. Nirgends ist etwas. Da oben auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal ein interessanter Ort. Das muss ich dann schon lassen, irgendwie. So, geht's hier? Nö, wie ich es hasse, ne? Topschutz, wieder ganz zurück. Yeah, dann wieder Itemradar einsetzen, ne? Okay, da ist etwas. Ich glaube irgendwie, dass es hier weitergeht, deswegen schaue ich da unten mal nach. Und da kommt man nur mit Surfer, glaube ich, jetzt hin. Wie es aussieht, oder? Yes, okay. Gibt's irgendwie, unten war noch irgendein Weg, vielleicht. Das würde mich schon irgendwie interessieren. Aber vielleicht bringt uns ja der Weg da von oben nach unten. Und dann ist das alles gelacht. Ja, das wäre doch gelacht. Nicht, das ist alles gelacht. Naja, ist auch egal. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Bitte kein Trainer, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sikiro extra noch in seinen Sicht weiterlebt. Ich verstehe mich selber manchmal nicht. So. Hey. Ja. So, aber hier gibt's keine versteckten Atems. Keine versteckten Atems. Das hier habe ich verpasst. Natürlich verpasst. ich da wieder etwas. Da, da, da. Nee. Ich weiß jetzt nicht. Alter, wie groß in die Höhle hier noch. Oh. Ich bin nicht mal einen Schritt gegangen. Was willst du denn? Ich will nix mit dir zu tun haben. Du willst doch nix mit mir zu tun haben. Also lass mich doch in Ruhe. Das ist das Beste für beide. Für mich und für dich. Für dich. Superschutz. Setzen wir einfach mal Superschutz ein. Das Item, das werde ich jetzt den Namen einblenden. So. Reicht jetzt. Da unten. Na, ist das wieder ein Weg, wo ich überhaupt... wo ich noch hin muss. Weil ich dann bin... wo ich noch hin muss. Nee. So. Blblblblbl. Was ist das überhaupt für ein Wort? Ich check's irgendwie nicht. Taimabahal. Was ist überhaupt der Sinn von diesem Ort? Irgendein T... Irgendeine schöne TM oder sowas? Schaut jetzt nicht so aus. Ach, da unten ist eine Trainerin. Tch. Da ist eine Trainerin. Ey, zum kürzen. Sternenstück. Wir brauchen eigentlich gar kein Item. Ich bin einfach da. Eigentlich nicht. Weil es kann gut sein, dass dann irgendwo in irgendeiner Wand irgendein verstecktes Item ist. Warum habt ihr mich jetzt nicht gesehen? Aber mir ist es recht. Mir ist es recht. Wurscht egal. Wurscht egal sogar. Jetzt ist es 18 Uhr geworden. Nicht auf die andere Uhr achten, ne? Habe ich extra so einfach eingestellt, weil ich mal nachgucken wollte, ne? In-Terrata-Dingsbums. So. Schaut aber interessant aus hier, diese... was auch immer das sein soll. Und hier... Achso, Steinkante. Okay, okay. Ich sehe schon. Nur frage ich mich, kommen wir da wieder... Ich glaube, da kommen wir dorthin, wo wir gerade waren und reingekommen sind. Aber da oben, dann wird man dich loben, war noch das Wasser und da könnten wir... Ja. So. Dann muss ich da doch keinen Namen einfügen. Ja, ja, ja. Wie faul ich bin, ne? Das Item war ein Schwarzkurt. Yes! Ich muss es nicht mehr einfügen. Also erspart mir... Erspare ich mir damit extra... Edit-Arbeit. Bin ich nicht faul. Yes. Was sollten das für Steine sein? Naja, mir egal. So, da oben könnte im Wasser noch irgendwas sein, aber ich lasse das jetzt mal. Bitte schau mich nicht an. Bitte schau mich nicht an! Ich bin zu hässlich, ey. Nein, nicht Damaball, sondern Top-Schutz. Boah, die gehen irgendwie so schnell raus. Das habe ich nie so das Gefühl gehabt, dass das schnell irgendwie vorüber geht, so ein Top-Schutz oder sowas. Aber ich glaube, weil ich es so oft hier benutze in diesem Spiel, kommt es mir halt so vor, dass ich das oft benutze. Ne. Naja, aber Leute, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Ich beende jetzt endlich mal die Session. Wie gesagt, ich glaube, äh, Level. Äh, Part 76 habe ich angefangen in dieser Session. Und jetzt mache ich Schluss. Und die nächste Session heißt die Rückkämpfe und dann ist das Projekt zu Ende. Ciao, ciao!